Lektion 3 Line, Metro und Automatisierung von Prozessen In diesem Tutorial werden wir einige Objekte vorstellen, um den Patch, den wir im vorherigen Tutorial erstellt haben, schöner aussehen zu lassen. Lassen Sie uns unseren Patch verfeinern, indem wir zum Beispiel ein grafisches Steuerelement für die Lautstärke einführen. Der Name eines solchen Kontrollobjekts ist Slider und kann im Menü unter Insert Vertical Slider gefunden werden. Wenn Sie mit der rechten Maustaste darauf klicken und Properties auswählen, können wir dem Schieberegler einen passenden Bereich zuweisen. Da wir Gleitkommazahlen zwischen 0 und 1 wollen, um die Lautstärke zu reduzieren, müssen wir dieses Feld hier bearbeiten. Jetzt können wir es entweder direkt mit unserem Signalmultiplikator oder mit der Numberbox verbinden, wenn wir die Zahl anzeigen wollen, die vom Schieberegler generiert wird. Ähnliches können wir auch für den Oszillator tun. Wir nehmen einen horizontalen Slider. Wir verbinden ihn. Und sobald wir das Properties-Fenster anzeigen lassen, können wir einen geeigneten Bereich von Frequenzen zuweisen. Auf diese Weise erhalte ich eine vielseitigere Kontrolle über das Signal, das ich produziere. Wir können jetzt ein neues Objekt einführen, das es uns ermöglicht, Rampen zu erstellen. Was ist eine Rampe? Eine Rampe ist eine Folge von Werten in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge, die innerhalb eines zugewiesenen Bereichs erfolgt. Um zu sehen, wie sie funktioniert, lassen Sie uns ein neues Objekt erstellen und Line-Tilde schreiben, weil wir eine Rampe für Signale erstellen möchten. Lassen Sie uns den Schieberegler löschen, indem Sie ihn auswählen und die Lösch-Taste drücken. Und wir verwenden unsere Line, um den richtigen Operanten des Multiplikators einzustellen. Die Idee ist, ein Crescendo für unsere Lautstärke von 0 bis 1 zu erstellen. Um das Crescendo zu erzeugen, müssen wir der Line zwei Dinge mitteilen, welchen Wert wir erreichen wollen und wie lange die Rampe dauern wird. Dazu brauchen wir eine Message. Um eine Message erstellen zu können, drücken Sie Ctrl-2, Command-2 oder wählen im Menü Insert Message. Sie können anhand der Form erkennen, dass dieses Feld eine Nachricht ist und kein Objekt. Lassen Sie uns in unserer Nachricht 1 schreiben, denn wir wollen, dass Line 1 erreicht und zum Beispiel 5000, denn wir wollen 1 in 5 Sekunden erreichen oder eben nach der Line-Syntax 5000 Millisekunden. Bevor Sie es versuchen, lassen Sie uns eine weitere Message erstellen, um in einer Sekunde wieder auf 0 zu gehen. Wir könnten auch etwas Ähnliches für unseren Oszillator tun. Lassen Sie uns also eine neue Line erstellen und Sie mit dem Oszillator verbinden. Sagen wir, wir wollen 1000 Hertz in 3 Sekunden erreichen und gehen zurück zu 50 Hertz in 2 Sekunden. Also im Grunde haben wir ein Glissando implementiert. Lassen Sie uns nun einige neue Objekte vorstellen, die es uns ermöglichen, einige der Prozesse, die wir bisher manuell gemacht haben, zu automatisieren. Sagen wir, dass wir dieses Glissando periodisch und gleich für Crescendo und Decrescendo erstellen möchten. Lassen Sie uns zunächst die Dauer unseres Glissandos verkürzen, zum Beispiel 30 Millisekunden, um 1000 Hertz zu erreichen und die gleiche Zeit, um wieder auf 50 Hertz zu gehen. Jetzt brauchen wir etwas, das in der Lage ist, diese beiden Nachrichten periodisch auszulösen. Um dies zu tun, müssen wir die Bangs produzieren, die wir bereits zuvor kennengelernt haben, aber mit einer bestimmten Rate. Das Objekt dafür wird Metro genannt, weil es im Grunde als Metronom fungiert. Es nimmt als Argument die Geschwindigkeit oder die Rate, mit der ich die Bangs auslösen möchte. Sagen wir eine halbe Sekunde, also 500 Millisekunden. Wenn ich ein Bang mit dem Ausgang vom Metro verbinde, sehe ich noch nichts, weil das Metro noch ausgeschaltet ist. Um es einzuschalten, muss ich ein neues, spezielles Objekt einführen, das Toggle genannt wird, und es mit dem Eingang vom Metro verbinden. Dieses Objekt ist nur ein Schalter. Wenn ich es einschalte, sendet es eine 1 aus. Wenn ich es wieder ausschalte, sendet es eine 0 aus. Lassen Sie uns versuchen, es in Aktion zu sehen. Und die Bangs kommen jede halbe Sekunde aus dem Metro. Natürlich kann ich einfach eine andere Geschwindigkeit für das Metro einstellen, indem ich eine Numberbox verwende und sie mit dem rechten Eingang des Metro verbinde. Da, wie wir bereits gesagt haben, die Zahl an einen kalten Eingang gesendet wird, wird das Argument des Objekts überschrieben. Wir können nun diesen Bang mit der Nachricht verbinden, die die Frequenz des Oszillators festlegt. Wie Sie vielleicht feststellen, gibt es keinen Unterschied. Der Grund ist, dass der Oszillator bereits 1000 Hz erreicht hat, sodass wir eine Möglichkeit brauchen, um ihn wieder auf 50 Hz zu setzen. Um dies zu tun, kann ich zuerst einen anderen Toggle mit dem Bang verbinden, der aus dem Metro kommt. Wie Sie sehen, wird bei jedem Erhalte eines Bangs der Toggle alternativ auf 1 oder 0 gesetzt. Ich kann dieses Verhalten überprüfen, indem ich eine Numberbox mit diesem Schalter verbinde. Jetzt muss ich meinem Algorithmus nur sagen, wenn der Toggle auf 1 gesetzt ist, löst das Glissando nach oben aus. Wenn er auf 0 gesetzt ist, löst das Glissando nach unten aus. Das Objekt, das uns dies ermöglicht, heißt SELECT. Wenn SELECT einen Wert erhält, der seinem Argument entspricht, sendet er ein Bang von einem bestimmten Ausgang aus. Da der Toggle nur 0 und 1 produziert, werden dies die Argumente von SELECT sein. Wenn SELECT 1 erhält, sendet es ein Bang von dem linken Ausgang aus. Wenn er 0 empfängt, geht der Bang aus dem mittleren Ausgang aus. Wenn der eingehende Wert mit keinem Argument übereinstimmt, geht der Wert aus dem rechten Ausgang aus. Sie können dies ganz einfach überprüfen, indem Sie zwei neue Bangs erstellen und diese mit dem Ausgang von SELECT verbinden. Jedes Mal, wenn wir auf ein neues Objekt stoßen, ist es eine gute Idee, den Hilfeordner zu überprüfen. Um es ansehen zu können, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt, von dem Sie mehr wissen möchten, und wählen Sie HELP aus dem Kontextmenü. Lassen Sie uns die Hilfe-Datei schließen und fortfahren. Jetzt können wir unsere beiden Bangs mit den Messages verbinden, die wir auslösen wollen. und die Lautstärke erhöhen, um das Ergebnis zu hören. Auf diese Weise können wir rhythmische Glissandi erzeugen. An dieser Stelle steht uns frei, auch eine andere Geschwindigkeit für das Metro einzustellen und ich kann bereits einige interessante Szenarien erstellen. Nichts hindert uns daran, auch für die Kontrolle der Lautstärke etwas Ähnliches zu tun. Es genügt, den Teil des Algorithmus, den wir wiederholen möchten, zu kopieren und wieder einzufügen, indem Sie ihn auswählen und CTRL-C, CMD-C zum Kopieren und CTRL-V, CMD-V zum Einfügen eingeben. Dann kann ich das Ganze bewegen und den Ausgang von SELECT mit den Messages verbinden, die ich an das Line-Objekt senden möchte, das die Lautstärke steuert. Und passen wir die Länge der Rampe der Lautstärke an, um die rhythmischen Aspekte besser wahrzunehmen. Das letzte, was wir tun, können ist, das Bang zu löschen, das wir verwendet haben, um das Tap-Right-Objekt auszulösen. Weil wir jetzt zum Beispiel die Bangs verwenden können, die von dem Metro gesendet werden, das den Oszillator steuert, um das Tap-Right automatisch auszulösen. Wie Sie sehen, ist Metro ein extrem vielseitiges Objekt, das uns erlaubt, etwas zyklisch auszuführen. Mit diesem Basis-Patch sind wir bereits in der Lage, eine interessante Vielfalt an Ergebnissen zu erzielen. Im nächsten Tutorial werden wir sehen, wie wir Zufälligkeit in unsere Prozesse einführen können. Vielen Dank. Vielen Dank.